So Leute, da sind wir wieder bei Pokémon. Training Cut Game. Und... Ja, wir sind in der Blitz Arena. Weil es hier Leute gibt, denen wir kämpfen können. Gucken wir mal, was die so spielen. Jennifer Pikachu Deck. Okay. Leicht verstörend, aber... Raichu... Raichu... Tja. Kein Pikachu dabei. Moment. Erstmal kann Gama ins Spiel haben. Nidoran. Wie soll es sagen? Unkram. Vier Preise, okay, dann kann ich mich anfreunden. So, ich darf anfangen. Maser-Energie an Kangama. Damit ich abortieren kann. Yay, Bill. Das ist schon mal nice. Zwei weitere Karten heißt das nämlich. Donner-Energie. Donner-Energie. Oh mein Gott. Zehn Schaden. Pflanzen-Energie ist wieder oben ziemlich gut. Und... Ich spüre mal Bill. Gucken, was da alles rumkommt. Nidoran muss eigentlich... Greifen mit Apportieren wieder an. Zehn eine Karte. Und wo das? Oh, zwei. Nicht gelohnt. Und zwar... Nochmal Nidoran. Und wieder anrufen. Abortieren. Wasser-Energie, okay. Okay. Der hat Wasser anscheinend. Oh mein Gott. Ich bin gelohnt. Oder was? Ne, es macht 30 Schaden. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt doof. Nein! Ich schwöre. Nein. Nein, 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 nein. Hä? Dumm. Ich hab ja sau die dumme Kacke gebaut wie immer. Pfuh! Tja. Jetzt ist es richtig. So. Pflanzenergie ist auch nicht so schlecht. So. Kurz mal Bild spielen. Und tragen mal Wasser-Energie. Weiter abortieren. Guck, die zusammen sind jetzt nicht so wichtig. Gab's in dem Spiel eigentlich ein Handkarten-Limit? Tja. Das weiß ich nämlich gar nicht mehr. Aber das sehen wir. Ja, ich hab 10 Handkarten, also wahrscheinlich nicht. Tja. Ich find das gut. Fliegen trifft nicht. Fliegen trifft nicht. Glanzenergie am Visasam. Angeguckt. Portieren. So. Na verdammt. Bam. Ich zieh mir mal ein bisschen Energie ab. Legen noch mehr Pflanzenenergie an Visasamen. Und das wird wahrscheinlich das letzte Abortieren sein. Das wird tun. Okay. Naja, damit er weiter fliegen kann. So dämlich. Ist doch nicht das letzte Abortieren. So. Gut, langsam wird's gefährlich. Mit dem Abortieren. Verdammt. Nein. Ähm. Ich würd sagen, wir benutzen... Wo war denn die Energiesuche? Da. Dann holen wir uns alle Pflanzen raus. Auch noch ein Visasamen. Glaub noch mit Abortieren an. Ja, das wird echt knapp. Aber wenn die anderen mit ihrem Fliegen da nichts macht, ey. Ey. Kannst du mein... Kann Gamma mal umbringen, bitte? Weil... Okay, weil jetzt hör ich auf. Abortieren hör ich jetzt auf. Das bringt nichts mehr. Das ist zu gefährlich. Ja, ich hör damit auf. Eindeutig. Haha. So, als nächstes müssen jetzt die Dorino reinkommen. So, die doppelfarblose Energie ab an Evoli. Hornbohrer tot. Wie Null. Was? Bitte nicht, bitte nicht. Nein. Ähm, sag mal. Warum hab ich ihm grad eben keinen Schaden gemacht? Ähm, okay. Ähm, ja. Während des nächsten Gegners zu ist, alle Auswirkungen mit Angriff und Aufflug Pikachu erfolgt... Oh Gott, nein. Stopp. Wasserenergie. Wasser. Wasserenergie. Wasserenergie. Bringt nichts. Boah, wenn das jetzt mein Nidorino tötet, boah. Dann werd ich aber hier echt böse. Verdammt. Okay. Nein. Ich wollte dieser Sam nicht besitzen. Nidorino. Der hat nur die... Oh, noch ein Nidorino. Und noch ein Pflanzen. Oh. Nidorino. Null. Okay, das ätzt. Das ätzt. Also, Fliegen ist echt ne böse Attacke. Schön. Ich jurale den Muskel. Ich forschwные. Ich lasse ihn und vorstelle ihn. So. Dann holen wir noch mit Eggels an. Dann fahren wir noch mit Eggels an. Komm schon. Ok, das hätte ich vorher wissen müssen. Nääääää. Jetzt habe ich wieder keinen Schaden. Dann hätte ich da vielleicht noch ein bisschen das Aquana immer hin. Das macht ja keinen Schaden. Okay, ich hasse Fliegen jetzt schon. Ach, verdammt. Ey, das kann doch nicht angehen. Okay, dieses Pikachu habe ich eindeutig sehr stark unterschätzt. Ich brauche mal eine Pflanzenenergie. Das kann doch nicht sein, ey. Das kann es doch nicht sein. Komm schon, denk weniger nach und gib Gas. Oh Mann. So, wo ist mein Trank? Da ist mein Trank. Ey, ich kriege gleich ein Rappel. Ich habe noch zwölf Karten im Deck. Dieses Flug Pikachu nervt mich bis zum Gehtnichtmehr. Super wieder anfangen. Super Start wieder. Ey. Ey, das kann doch nicht sein. So. Ey, elf Karten nur noch. Ey, ich kriege gleich ein Rappel. Und vor allem denkt die so lang nach. Ey. Frauen und Kattenspieler, ey. Das geht ja mal gar nicht. Jawohl. So. Down. Pflanzenenergie. Ah, wenigstens normale Pikachu. Sorry. Aber ich werde es jetzt, wenn sie so lang nachdenklich... Kaum Haus droht. Okay. Flug-Pikachus sind böse. Surf-Pikachu. Rai-Chu. Ja, das war's. Neh, neh, neh. Okay. Neue Taktik, Nisse. Dieses Flug-Pikachu muss so schnell wie möglich weg. Ja, ist gut, ist gut. Ja. Ja, komm hier. Pim. Gott, ich habe nur einen dieser Samen. Dann hoffe ich mal, dass der Pokoball funktioniert. Gut, sie hat auch nur einen Pokémon. Schön, ich darf ankommen. Bitte sagt, dass der Pokoball funktioniert. Bitte, bitte, bitte. Ja. Ich hätte gerne ein Nidoran. So. So aggressiv wie nur irgendwie möglich. Kein Aufbauspiel, gar nichts. Schön. Oh Gott. So, weiter mit Egelsamen drauf. Don't serve Pikachu. What the? So, Energieabsauger. Zieh mir mal eine Wasserenergie ab. Setzen mal einen Trank ein. Entwickeln Nidoran. Machen mal eine Energiesuche auf Pflanze. Setzen Pflanze auf Nidoran und Angeleum Egelsamen. Das heißt, wir haben noch mehr hier drin. Schön. Komm. So. Und wieder drauf. Kapp und Weg. Ein Preis. Wie so war. Was ist da denn für ein Pikachu? Schlecht gelähmt. Das bedeutet nämlich. Fertig. Ja. Jetzt kommt nochmal ein Donnerschock. Nee. Nee. Los, Nidorino. Ich bin mal dieser Sahne. Ich greife am Traunbohrer mal an. Bam. Oh Gott, ein Flieger. Pikachu. Denk schneller. Nee. Komm schon. Hör auf, nachzudenken. Schön. Das heißt, wir können es jetzt downkloppen. Kornbohrer. Kornbohrer. Energie so hoch. Gott sei Dank. Surfer hat 20 Schaden. Dau. 30 Schaden. Nein. Mega. Pflanzenanergie. Dich braucht man. Okay. Kommt die doppelt farblos an. Dich. Ähm. Hallo. Ah. Okay, ich baue jetzt gerade nur noch Scheiße. Irgendwie. Ich mache das mal ganz schnell beenden. Ja, komm. Ist egal. Da komme ich so nämlich nicht gegen an. Okay. Okay. Leider. Also probieren wir es doch mal anders. Neues Deck. 4x Sandan. 3x Sandan. 4x Dicta. 3x. 4x sind 2x. Ähm. Marschallo. 4x. Marschall 2x. 1x. Kleinstein 4x. 5x. Ne. Tagoso. Nokchan. Bihoan. Ne, jetzt war es nicht. So, gucken wir mal bei den Trainerkarten. Tausch, weil die haben wir sehr viel Kosten. Judo-Suche plus Power. Windtausch, damit ich entscheiden kann, welches ich flott mache. Supertrank. Beleber. Ja, und. Ah, Detektor einmal. So, und 20 Kampfenergie. Ah, mehr will ich nicht haben. Er lässt Deck aus. So, probieren wir es doch nochmal. So, jetzt haben wir ein anderes Deck. Hooray. Hooray. Uh, okay. Ich setz mal Schollo nach vorne. Und. Schollo und Nokchan. Ja, verdammt. Ich darf nicht anfangen. Nee, okay. Okay, okay. Bis. Kampfenergie. Auf. Mach Schollo. Kick. Bäm. Tot. Ja, also. Wenn man mit Schwächen spielt, ist es echt schön. Zeigt mir nochmal, Masha. Minus 10 Chance. Alles klar. Wie viel brauche ich das? Hand. Kampf. Energie. Nokchan. Hand. Zeigt mir mal. Winter. Okay, er hat keine Vorwohnung auf der Bank. Okay, dann ein Kick. Bäm. Sag mal, Pikachu. Auf das Machhollo. Das entwickeln wir mal dazu. Maschok. Okay, wir haben beide. Dann kicken wir dich nochmal tot. Jo, Bäm, Junge. Oh, ein Beleber. Maschomai-Entwicklung. Pokémon Power. Maschomai. Äh, immer wenn der Skidlanger angreift, Maschomai. Schauen Sie mir. Äh, okay. Okay. Hm. Ich brauche keinen Supertrank und ich brauche keinen Winterhau. Ich brauche noch eine Kampfendenge. Okay, habe ich schon. Kicken will ich mal eine Runde. Also Kick ist schon ziemlich übel. Schön. Jo, das war's dann, weil er hat keine Pokémon mehr. Bäm. So, Raichu. Doof, doof, doof. Cool. Doof, doof. Cool. Okay. Guck mal, was du mir so gibst. Gegen Volker. Komm. Ja. Das dauert zu lange. Erstmal Schollo und Spielrufe. Dann komm aufs Sonder. Und nochmal Schollo. Komm, bitte lass mich anfangen. Lass mich anfangen. Yay. Ähm. Das könnte jetzt verdammt schnell vorbei sein. Kick. Oh, verdammt. Jetzt hat er wieder eins. So, Company gezogen. Oh, free hole. Kick. Oh, ich mag das gerade echt übel. Ich kann das gerade echt super geil leiden. Oh, nein. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Fuck. Fuck. Setz mal Rihon ein. Oh, noch tag mal mit diesen 10 Schaden. Was? Ach, du Schande. Ja, okay. Das war's. Und ja, ist gut. Ich hab moment nichts, was irgendwas dagegen ausrichten könnte. Also, mit einem Zap, das hab ich nicht gerechnet. Und das ist böse, dass er's drin hat. Weil es eigentlich ein legendäres Pokémon ist. Komm, jetzt haus endlich um, Mensch. Das find ich ein bisschen doof, dass man den Camp hier nicht abbrechen kann. Down. Oh, Gott. Immer noch nicht. So viel dazu. So, probieren wir's nochmal. Oh, ich muss damit aufhören. Oh, Gott. Ich hab nur einen Sandland. Ich hab nur eine ANYgroße. Okay, ich kann nicht abgaben, ich scheiß schwarzschlagen. Ich muss aufhören, Leute. Die Speed-Taste drücken. Oh. Schlitzer. Schön. Schön. Schlitzer. Bam. Oh.